Willkommen zurück bei Let's Play Terrorizing zu einer neuen Episode hier mit Sashia aka Oshimitsu und Mikandia. Hallo Freunde. Hi. Servus. Und wir haben ja heute ein bisschen in der Bibliothek gestöbert und nicht viel gefunden wie üblich. Sashia hat sich schon auf die Bücher draufgesetzt. Es war einfach zu viel. Es war einfach zu viel. Und auch heute begrüßen wir ein neues Mitglied in unserer Gilde Republic of Doom. Kjeltus. Ein 05 Krieger. Ein Frischling in unserer Truppe. Willkommen. Willkommen Kjeltus. Willkommen in der Gilde, mein lieber Kjeltus. Hier wirst du wachsen. Und zu einem mächtigen Wesen heran. Wachsen. Das habe ich zweimal wachsig gesagt. Wiederholungsfehler. Kein Problem. Ja, was haben wir heute vor? Gespenstertöte. Oder was das ist hier. Genau. Wir sind auf den verlassenen Feldern und machen jetzt ein bisschen Geisterjagd. Und fangen hier ganz schön wieder ultimativ an. Ja. Blutmites. Ich will da ihr Gleit. Das ist untote Frau, oder? Blutmite, ich will da ihr Gleit. Guck mal, die hat sich reingeschmissen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen tight. Wow. Yeah. Bis Gleit. Bis Gleit. Das war jetzt aber zweimal Gleit wieder. Wie kannt ihr? Gleit, Gleit. Na gut, das ist der nächste Wiederholungsfehler. Ups, sorry. Zu viel Wiederholungsfehler heute. Das tut weh. Guck mal, da rennen gerade zwei. Hey ihr zwei, hallo. Das ist voll schwach. Ja. Ja. Vielleicht sind wir einfach zu stark. Ja, das ist natürlich. Das ist immer die Erklärung für alles. Wir sind zu stark. Ich helfe mich gerade ja. Ich hab den, äh, sorry. Du hast du... Du hast du... Ich wollte nur sagen, wir sind gerade in den verlassenen Feldern aktiv. Ach so. Ich darfst du nicht weiterdecken. Wo? Ja, das wollte ich sagen, hier vor mir. Jetzt hab ich dir da einen Satz weggenommen. Ja. Und ich hab den Doreen und erbrochen. Mann, Leute. Gerät alles außer Kontrolle. Sturmanngriff. Oh. Boah, war der schlecht. Dom, dom, dom. Was mein Sturmanngriff, oder was? Genau. Nee, der Sturmanngriff. Ich hoffe, der war nicht schlecht mit Kandil. Nee, dein Sturmanngriff war so sensationell. Sensationell. Ich wusste nicht, was ich sagen wollte. Ich blut meins. Ich glaub, ausgerufen. Bäää. Iiiiih. Er hat die Ehre-Tage, oder was? Nehmeh. Jetzt nehmeh, ne, ist richtig. Vielleicht andauernd. Jetzt sind nehmeh erlebt. Was fehlt denn noch? Zwei Stück, oder? Zwei von Leute. Zwei von dieser komischen Stockmännle. Ja, aber die Blutprobe krieg man die nur von den Frauen oder auch von den Clown-Viecher da? Nur von den, äh, Frauen. Interessant. Da vorne steht noch eine. Oh, die Bombe. Oh, jetzt renn sie. Renn du Schlampe. Renn. Jetzt fehlt noch ein so'n Clown, da hinten steht er. So, steht er. Siehst du den gleiche wie ich? Neue läuft hier in komplett verschiedene Rien. Wer erst, der fertig ist. Scheiße. Hätt ich nix gesagt, Saschier. Und damit wäre auch diese Aufgabe gelöst. Können wir wieder abgeben, oder? Richtig. Das ist richtig. Ist korrekt. Hättchen. Jelena. 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 Du geiles Saar. Du. Hättchen. Nein, das machen wir jetzt. Bezügeben. Du. Du. Verboten. Kenn ich euch. Verboten. Du Drecksau. Oh, level up, liebe Freunde. GZ. Oh, level up. GZ. Glückwunsch. Glückwunsch. Für die Föderation. Du bist altgegrüßt. Fortschritt erlangt. Ultimative Belohnung. Was ist denn Fortschritt? Ultimative Belohnung. Achso, okay. Habe ich denn auch? Ultimative. Ja, was, ja. Ich denke, du hast schon auch. So. So. Jetzt müssen wir den Sarg der Herzogin öffnen. Der ist doch gerade oder hin, oder? Ich glaube auch. Das sind wir, glaube ich, in der letzten Episode schon mal vorbeigerattritten. Gerattet. Gerattet. Gerattet und geritten. Wie kann die alles klar, oder? Ja, ja. Ich bin da, ich bin da. Gut. Miki. Warte, da steht gerade so eine Maid noch davor. Blutet da noch rum. Die verblutet. Au! Mein Blut bekommst du nicht! So. Muss jetzt nur einer den Sarg öffnen, oder alle? Ich bin gerade dabei. Ach, mir kann ja. Reicht. Oh! Die kennt doch nix. Batoriel! Hahaha. Immer diese epische Musik für nix. Ja, eigentlich schon. Du musst doch nix sein, liebe Freunde. Schleppst. Schleppst. Halsschütter. Zuversicht. Wir haben die Blutenden besiegt. Hä? Halt! Wir müssen ja auch noch den Herzog töten. Wo ist der Herzog? Von Kenderberry. Ah, Sekunde. Anvisiert und folgen. Teil geht aufgenommen. Nachladen. Feuer. Abschuss. Abschuss, Feuer, genau. Entsichern. Entsichern, ja. Entladen und entsichern. Oh, hier ist wieder so Feuer in der Luft. Ah ja, die haben wir doch schon mal irgendwo gesehen, oder? Ja, im Feenwald, glaube ich. Bei Sentier. Korrekt. Öffne den Sarg, liebe Freunde! Oh! Ich kann ja gleiche Schänderin, ey. Sturmangriff! Verfehlt! Oh, der zieht jetzt aber quer. Ja. War zwar auch ein Noob, aber der war jetzt nicht so schlimm wie die andere. Da hinten kann man eine Quest abgeben. Wenn wir schon hier sind. Oh! Ah ne, das ist jetzt wieder so ein neues Lager. Ok, Rückzug, Rückzug. Helena, wartet uns. Helena! Wie es aussieht, sind wir wieder unaufhaltsam? Wir laufen wieder falsch, gell? Wieso, Helena, Staub? Ja, aber da kann man nix abgeben. Das ist richtig. Hä? Wo müssen wir hin? Also wirklich ins neue Lager. Wir müssen zum Anwesen der Arglist, Leute. Wisst ihr, wo das ist und was es ist? Das Anwesen der Arglist? Das klingt wie eine Instanz. Ist das möglich? Ist das wahrhaftig? Oder ist das nur eine Täuschung unserer Sinne? Wieso? Wo ist das? Ich habe nichts gebrochen. Ich bin echt gut. Ich bin echt gut. Aber ich bin echt, dass ich mich besitze, glaube ich, mal ganz ehrlich. Isst du nicht so? Ich bin echt gut. So, du bist ein christliches Team. So, du bist nicht das. Ich bin echt, oh ja, du bist schon mal... Du bist echt, oh. wie wir das wissen was für dich mit der quälfte amal abblühten lassen wir alle betrübt gut stein wenn wir die mit der türen immer gleich so vor sich ist die verrückte klauen schützliche die rolle von hier ist nur klar man wäre also ein killer nichts schlimmer sein oder ja, macht neu wenn jemand eine Blume sieht, sagt Abscheid hab eine asch eine Moment ah ja ich bin ja noch grad am äh ja, ich mach erst von den Clown her kaputt ausrotten du Schachtel du Schachtel du Schachtel so, wen kriegt sie? ich will die gar nicht, man warum werde ich immer damit bestraft? ich verachte diese Schachtel ich verachte sie heul nicht rum sorry aber blem so, ist der Typ wieder da? ah der ist jetzt nicht mehr da nee so 3, 2, 1 meins ok ich kann dir das war zu schnell ich hab früher angefangen ja, sorry Frühstarter spät sind der Frühstarter du musst immer entscheiden, was du bist ich weiß eh das selber nein mollebomben mollebomben, nein, das ist 3 3 3 tja, liebe Freunde ihr werdet leider nie erfahren, was 3 bedeutet denn das ist ein Outtake, der niemals rauskommen wird weil wir es leider nicht aufgenommen haben aber ihr seid leidversichert ist auch lustig auf jeden Fall 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 4 3 4 4 also nochmal zurück Clowns ist die Mehrzahl von Clown, oder? nicht Clowne ne, das hört sich komisch an ne, das hört sich falsch an Clowne hört sich falsch an ja schon da ist wieder ein ah schon ist er schon wieder zurückgespawnt wow ey man ich will die Glückschachtel nicht das für eine Pflanze schmeisse fort du rein ah später du doch nicht so ich verachte die Glückschachtel ich suche mir mein Glück selber aus so, jetzt wieder rüber Prost Prost bei mir Taktik hält wir warten immer bis die spawnen und dann töten wir mal sind Ping Pong der Ping Pong Effekt mit dem magischen Dreieck bei Let's Play Terrorizing Karawane zieht warte und was jetzt? der Sulcanator oh blume ist sich nix mehr da eine blume ah blume 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 ah drüber steht wieder einer da hinten ist eine blume wo was zuerst ich bin schon erst typ nein der ist jetzt eh schon tot ich stehe schon bei der blume wo bist rechts ah ich hab ihn am hang aber wir müssen erst hier noch kurz die die bewacher der blume schaffst du ich hab's nicht für eine perverse gestaltung es ist ein spiegel es ist doch pervers oder? wiki ja blume ich komme ok und da jumpt sie an jetzt so ein timing schafft man nur wenn man sich blind versteht liebe freunde hoch jahrelange Arbeit da hinten schon ein Blutmarkt ja 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 Attacke Attacke jetzt haben wir alle wieder ich habe ich habe die Joker verarmt doch steckte Joker verarmt das weg auf die Pferde und rückzu alt was wir sind auch alle THC Ehemann wo ist der wo ist der rückzug alle THC Achtung Achtung mir waren Eingriffe Alter aber ich sehe nichts oh die haben aber rein Sprungangriff Saschia du du warst gerade aus dem Gefecht kann das sein ich wollte gerade gucken wo Zaptika ist dann kommen die blöden Tussen da auch nicht blöde Kuh oder so satt die ist hier oben wo oben die ist hier anscheinend oder wo die ist hier anscheinend oder wo die ist hier anscheinend oder wo die ist wieder zurück ich komme wir bergen noch Hä Faschia Achtung die ist eigentlich jetzt hier vor uns müsste die sein Joker greift du da an die mit Kanja kannst du auch mal kurz kurz auf deiner Karte irgendwie Lele Ne Ne Satnika Satnika Findet mein Ehemann Neiiinnnnn Ach, Ehemann, du bist mir so nicht sacken können. Der müsste hier sein. Ja, gell. Wo treibt er sich rum, der Gute? Aber ist dabei dir auch ein rotes Kreuz? Statt dem Fragezeichen? Ja. Was ist jetzt hier los, liebe Freunde? Wir müssen den Ehemann finden. Da ist er! Oh! Der stand gerade eben auch nicht da, oder? Nee, nee. Komisch. Der Brief ist so... ...alletär. Muss man das verstehen? Nee, oder? Natürlich nicht. Naja. Kann man auch kein Reim drauf machen. Auch kein Double Time. Nee, Double Time auch nicht. Scheiße. Hahaha. 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 Achtung, kommt zum Klauner. Ich bin ganz ohr. Wir haben uns schon wieder verpult. Ich habe kurz Zeit für euch. Wie kann ich helfen? Warum wäre er mir dauernd... Und wer wird angeklübt? Der Plauder gibt's nicht. Sascha, aka Yoshimitsu. Boah, schau. Hände verjagt. Hast du hier los wieder, hä? Echt, Frauen müssen alles wegmachen. Duril, gib mal schön die Quäste. Ja, gell. Der Mann schweigt und genießt. Der Mann hustt. Duril. So. Jeder wie er es verdient, oder? Ist richtig. Ja. Am Ende kriegt jeder das, was er verdient. Ja. Denn was du tust, wird irgendwann auch zu dir zurückkommen. Eine kleine Weisheit für euch, liebe Freunde. Okay. So, was steht jetzt noch an? Wir müssen wieder zum Satnicker. Das ist anscheinend... Der Typ heißt Satnicker und ihm die Medizin geben. Okay, hoffen wir, dass der diesmal gleich wieder auftaucht. Und wenn's nicht hilft, dann müssen wir ihn töten. Du elender Narr. Oh, jetzt ist schon Schlange wieder. Ist er jetzt wieder weg, oder was? Wahrscheinlich muss man ihn töten, deswegen. Ist er wieder weg? Komm, wir drängen die mal weg. Alle auf F drücken. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Ich schlussse ablenken. Ich schlussse ablenken mit meiner Bombe. Geh weg. Geh weg. Das ist eine Bombeablenkung. Das ist mir nicht, was du da machst. Oder machst du, Mikandier? Ja, oder? Wir warten. Was sind Sie? Wir warten. Oh, Sankt, Nika. Weißen. Jetzt sind Sie weg. Hast du die vernichtet, oder? Ich hab sie glaub. Ja. Ich glaub, du hast grad zwei Spieler vernichtet. Weg sind sie. Mikandier hat gemordet. So, liebe Freunde, wir warten auf Sankt, Nika hier. Sankt, Nika. Komm raus, komm raus. Kannst nicht. Wo immer du bist. Ich glaub, genau hier kommt doch. Ich bist sicher so schier. Will Schwerte? Nö, heute nicht. Freikling. Sorry. Miki? Ja? Was machst du? Die Zeitvertreibung. Somit an Sachen rum. Nicht einmal Stilhalte kann das Mädel. Unfassbar. Ja. Was machst du? Oh, jetzt sind sie wieder da, die wo grad weggange sind. Hä? Nixerei. Wo ist denn der Typ jetzt? Sankt, Nika. Wo ist Sankt, Nika, liebe Freunde? Sicher, dass der hier auftaucht? Normal, ja. Das wäre sinnvoll. Warte mal, ich guck nochmal, Sicherheitshalte. Ja. Ja. Medizin. Betäubungsmittel. Hä? Huch. Betäubungsmittel wird benutzt. Habt ihr das auch, das Betäubungsmittel? Ja. Ja. Ne. Doch. Warte. Muss gucken, wo ist das? Betäubungsmittel. Handel nicht möglich. Keine Verkaufswert. Lagerung in der Bank nicht möglich. Dieser Gegenstand kann nicht in der Genbank einkaufen. Oh, da ist er! Ah! Töte den! Ich hab ihn. Töte den! Töte den! Los! Er trinkt, er trinkt. Sankt, Nika! Was gäbe? Ne, ich net. Wo ist die Medizin? Oh, jetzt hab ich was gemacht. Jetzt, jetzt! Attacke! Das Ende von Satnika. Diener von Duri. Dem Herrn von Moria. Was? So, jetzt aber. Jetzt melden wir uns noch. Bei der Lene. Bei der HLene. Ne, bei der Lene. Was? Was ist denn hier? Was? Was? Furchtbar. Unfassbare Szenen hier. Duri, gib doch die Quest hier ab, liebe Freunde. Und nun haben wir wieder einiges erlebt. Wir haben Satnika gefunden. Und getötet Und getötet, es musste sein Erzprovoziert Es war Notwehr, oder? Ganz klar Ganz klar mit Haar Okay Und wir machen in der nächsten Folge weiter Liebe Freunde, bis dahin Ciao Ciao Ade